Hallo und willkommen zu Lone Star. Wir spielen Sherlock Holmes, The Awakened. Ja, wir sollen mit Lucy sprechen. Wir können anscheinend doch zurück in die Stadt. Wir sind immer wieder traumatisiert. Ich glaube, dass wir die Rubikon durchgezogen haben. Davy ist sehr entschuldig, ähnlich wie Eulard. Sie werden das überprüfen. Du bist richtig, aber ich bedanke mich, dass das viel schlimmer ist für uns. Was, wenn wir uns selbst in die Stadt kommen? Also, dann gehen wir nochmal hier runter. Ja, ja, ich würde sowieso nicht ihn fragen wollen, sondern ich bin dann vielleicht eine... War denn nicht hier die Lucy? Lucy? Ja, ja. Lucy, wir wollen nur helfen. Keine Worte werden überprüfen. Was hast du gesagt? Der Mann in dieser Bibliothek war bereit, um seine Gefühle zu sagen. Ja, die Champagnerflasche haben wir noch. What? Oh Mann, müssen wir sie jetzt nochmal machen? We only mean to help. No word of the matter shall spread. What do you imply? Nee, 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 okay, jetzt haben wir da versagt. Love Letter. Dann nehmen wir nochmal das Bild. Vielleicht passt das diesmal. So. Haben wir nicht noch einen Brief von ihr? Der Ring. 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 Death." Der Bei dem heißen Wetter. Mit so einer Jacke. Hat doch irgendwas zu bebergen. Na, der hat wenigstens mal aufgehört an dem Boot rum zu klopfen. Ist immer noch nicht fertig. So, können wir dem nochmal Hallo sagen? Oder ist der jetzt nicht mehr da? Der ist nicht mehr da. Naja, okay. Sie hat ja gesagt, sie kann uns noch die Gegend fahren. Dann nehmen wir das Angebot an und geben ihr eine Flasche. Die Flasche ist nicht mehr da. Jetzt, wenn du mehr Hilfe brauchst... Als es passiert, müssen wir eine kurze Reise durch die Baye in die Flasche. Natürlich, Sie bekommen eine fairere Reise. Es ist fast in der Nacht. Und nur die Füße gehen in die Flasche. Kommt morgen morgen. Champagne wird dich dann. Das wird nicht tun. Wir müssen jetzt gehen. Es ist von gravemheden Dank. Ich werde dich nicht. Aber wenn du genug bist, 8 in the morning, obviously. The Call of the Bayou. Chapter 6. The Swamp. At least, in Afghanistan, we had nippy nights. It makes one yearn for rainy London. This place... Champagne. Did not mince words about it. Keep your wits about you, Watson. We are inching closer to the heart of this mystery. However dark it may be. Hell's bells! I told you to stay away, Doctor. That's... he did, Holmes. I rule these forms. No hiding from me here. No case goes cold on my watch. Settle down, boys. Our friends are as good as gone. This is it, Watson. Our moments of truth. This was strange. Und wieder der üble Sheriff. Ah, ja. Wir sollen hier... rumsiegeln. Äh, siegeln. Sail around. Holmes. Do you believe the Sheriff? That we won't escape? One cannot be heard by superstition, Watson. Wir sollen irgendwelchen weißen Pflanzen folgen. Ich sehe aber keine. Und ein Haufen Müll im Wasser. Das waren Seerosen. Keine solchen... Pflanzen. Ist da Blut unter dem Baum? Hm. Geht's da jetzt rechts lang? Oder hier links? Na, super. Hm. How are you faring, Watson? You tired? Not yet. But I've more than had it for these damn mosquitoes. Tja, keine Ahnung. Hier geht es nicht weiter. Vielleicht mal hier entlang. Ah, nur ein Ass. Ähm. Wir fangen mal hier. Okay. Weißes X. Da sind Fackeln. Da war vermutlich gar kein Tier, sondern irgendeiner, der auf der Lauer liegt und uns da gemeldet hat. Ob sie hier zwischendrin rein geht. Da sind zumindest mal Fackeln. Wer da wohl mit dem Boot rumfahren muss und dir ihn abends anmacht. Am I hearing drums? Drums in the fire? No. 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 In the heart of the darkness. Schauen wir mal hier, der Fackel. Ähm, ja genau. Da war da was. Eieieieiei. Creepy. Ja, dann biegen wir hier rechts ab. 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 Da ist nochmal ein Baumstamm mit einem X. Sollen wir sie jetzt hier lernen? Oder da lang. Ich glaube wir folgen erstmal den Fackeln. Wenn er da so ins Wasser rein tunkt, dann sehen die ganz lustig aus hier die Kreise hier. Wir sind aber auch ziemlich flott unterwegs, da sind wir uns sagen. Aber Watson, der kann ganz schön rudern hier. Der hält auch ziemlich gut den Kurs. Da war schon wieder ein Schatten. Ähm. Hier ist nicht der richtige Ausgang. Da war schon wieder ein Schatten. Da war schon wieder ein Schatten. Da war schon wieder ein Schatten. Oh. Da war schon wieder ein Schatten. Dann lieber hier lang. Da war schon wieder ein Schatten. Da war schon wieder ein Schatten. Das ist ja auch schon wieder ein Schatten. Das ist ja auch schon wieder ein Schatten. Jetzt können wir auch das Gewehr benutzen. Oh, da unten ist ja ganz schön was los hier. Die regen sich ganz schön auf, die Alligatoren. Ne, Totenköpfe, nicht sehr angenehm. Okay, somebody go up first. Und jetzt? Ähm, ja, aber wohin? Ach so, wer muss das wohl zum Boot? Run away! Der Weg ist frei. Ups, ich bin mir fast abgesoffen. Hehehehe. Aber Sherlock ist einfach knallhart sitzen geblieben. Die armen Toten Vögel. Was sind die Fackeln aus? Hey, das hab ich doch vorhin auch gesagt. Traces of Feet Unchained. Footprints left by a crowd of shackled prisoners. Die wurden hier also hergebracht? Ich bin hier. 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 Ich bin hier die Falle. Ich bin hier. 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 Ich bin hier die Leute auch noch. Dann haben sie auch noch verkehrt um aufgehängt und Om gehängt. Ja. Ich glaub wir können sie alle den Alligatoren zum Fraß vorwerfen. Die sind vielleicht gar nicht mehr da. Was ist das? irgendwelche Leute umgebracht Das ist also... Arnesen Kultstätte Partial Hunts Some only Ah, das war auch der Arnesen Blood Was poured over someone leaving a gruesome silhouette A warm blade, but clean and without blood Bowls filled with blood Das gerennt doch dann Gruesome Das ist eine geheime Tür Scratches from friction The tracks lead behind the stone slab Only this indentation was spared from blood Da muss man also irgendwas rein tun Dann geht das Maul zu Hier ist nochmal Blut Wie sieht's hier aus? Hier haben wir noch was Bloodied handprints Bloodied handprints 4 blood threats Oh Dann ist es vielleicht schon um ihn geschehen Mh Oops Das ist viel Blut Aber nicht genug Aber nicht genug Jetzt geht das Eine Musik Ja, macht's weniger schlimm für die anderen Es fehlen noch ein paar Hinweise. Da hast du völlig recht schon. Hier ist nochmal was. Gut, dann fangen wir mal an. Das ist die zweite Stelle. Die erste. Tür, ich glaube wir nehmen erstmal das, weil die Axt steckt ja hier. Haben die da festgebotten und darüber gezogen. Ja, mit Blut haben sie ihn irgendwie übergossen. Ja, nicht unbedingt. Ja, nehmen wir den. Ja, der hat da irgendwas reingestellt. Das sieht gut aus. Hä? Wo ist jetzt hier der Unterschied? Ne, achso, der hat da ein Messer in der Hand. Ne. Ja. Die Unterschiede sind sehr subtil hier, hm? Hier sollte er da ein Messer haben. So. Da hat er ja wieder ein Messer in der Hand. Also wo der Unterschied zwischen 1 und 4 ist. Wo ist er jetzt? Achso, das ist der andere Typ. Dann nehmen wir das mal so. Gut. Ja, die haben ihn weggeschnitten. Ne, er hat sich nichts darüber befreit. Erstocken haben sie da auch nicht. Das sieht ganz gut aus. So, ob das jetzt alles so passt, weil der Typ bin ich mir nicht so ganz sicher. Die schauen wir vielleicht nochmal an. Ähm, man wird überhaupt nicht beleuchtet von dem Feuer. Ey, ey. Na ja, okay. Hauptsache, das ist alles so passt, wollte ich sagen, wir schauen uns heute nicht mehr an. Machen wir diese Stelle lieber erstmal ein kleines Päuschen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal. 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 Vielen Dank.